So, Winner Finals, Häschen gegen Rufen, Diddy Kong vs. Cloud, bin mal sehr gespannt hier. Weiß nicht, ob die beiden jemals schon gedacht haben, die haben schon mal gegeneinander gespielt. Oder? Haben die schon mal gegeneinander gespielt, ja, ne? Stimmt, ja. Ziemlich aggressiv beide unterwegs auf jeden Fall. Oh, wow, nice movement hier von Rufen's Cloud. Aber erstmal geht okay doch nicht. Beide gut am spacen hier auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Diddy Kong gut am Waden mit der Banane in der Hand. Okay, dann wird er irgendwie aus dem Grab rausgehauen. Ein Afro to be. Wenn wir ja genau jetzt, oh, okay, der Monkey Flip catching er tatsächlich nochmal in der Luft. Oh, auf jeden. Oh, ihr Bummer. So. Oh, Cross Slash, leider nicht getroffen. Rufen ist wieder drauf. Oh, oh. Ein bisschen Charge, Down Smash trifft dann doch wirklich. Tatsächlich. Oh. S-Smash connected da leider nicht. Ah, nicer Air Dodge. Das wird's noch nicht gewesen sein. Aber das auf jeden Fall. Oh, jetzt werden wir gleich sehen hier. Bei der Einstock. Even the Situation hier. Even Steven. Da von Breezy. Äh, Skiski. Okay, da kommt Diddy Kong noch raus aus dem Cloud Juggle. Juggle. So, ein Häschen ist jetzt ein leichter Nachteil. Stage Control ist auf jeden Fall auf Ruvens Seite. Aber Diddy kommt jetzt ein bisschen zurück. Okay. Okay. Jetzt wurde eben ein bisschen neutral gespielt. Aber jetzt hat Diddy Cloud wieder in der Hand. Händen. Oh, Banane. Two. Okay. Drangle Zett ein bisschen. Beide ziemlich hohe Prozentanzahl. Die Frage ist jetzt nur, wow, er läuft durch und grabt ihn einfach. Oh, no. Hatte ihn richtig geredet, aber das wird dann gepunished. 1-0 für Häschen. Knappes Match, knappes Match. Battlefield wird die Counter-Stage von Ruven. Die Banane hat Ruven gecatcht. Jetzt wurde sie gedroppt und Diddy hat sie wieder und weg ist sie. So, die ersten Prozente wurden bereits schon verteilt. Und klippt jetzt ein bisschen gehauen. Der Monkey Flip catch ihn auch wieder. Eine Forward Air. Okay. Cloud hat Limit wieder. Er wird aber weggeworfen von Diddy. Und jetzt muss er es einsetzen, ja. Bananen trifft trotzdem. Oh, okay. Ja, der Stage Control ist wieder auf Häschen Seite. Weil er kann ja kaum landen, der arme Cloud. Oh, schön weggerollt auf jeden Fall. Das wird es gewesen sein, ja. Boah, ganz knappe Sachen. Erster Stock geht an Häschen. So, 40% für den Affen. Okay, da wollte er den Hard Read auf jeden Fall machen. Hätte auf jeden Fall geklappt. Aber leider nicht gegen Häschen. So, wird jetzt hier Ruven zurückkommen. Das ist hier die Frage aller Fragen. Oh, der Monkey Flip trifft. Die Back Air ist auch dabei. Die nächsten leider nicht. Aber die von Diddy. Und eine Up Air. Oh, to grab. Down tilt. Ne, umgekehrt. So. Okay, das mal hat es nicht geklappt. Down tilt to grab. Aber er grabt ihn einfach und wirft ihn auf Stage. Oh. Down smash trifft auch jetzt wieder nicht. So. Eine Fähr. Und die Kong. Oh. 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 Out smash. Letzter Hit leider nicht getroffen. Oh, das wird dann gleich mit der Crosswash gepunished. Oh. Oh. Wollt seine Reaction testen. Clouds auf Stage. Oh, wird er rankommen. Ne, das war es auf jeden Fall. Uff. 2-0 für Häschen. Diesmal war es ziemlich klarer auf jeden Fall. Banger. Wird er bei Cloud bleiben, ist die Frage. Er bleibt bei Cloud. So. Drittes Match hier. Zurück auf Smashville. Clouds wird wieder hier auf Stage geworfen. Aber er kommt in der Up Air. To Jab zurück. Didi zückt seine Banane raus. Die ihm leider nichts gebracht hat. Ziemlich even noch alles hier. Hat er auch gerade nicht erst begonnen, ne? Haha. Oh. Reingerollt. Der wird gleich mit einem Grab gepunished. Aber. Oh. Oh. Hat er den gereadet? Oh. Der zweite Read war nicht drinne. Rufen jetzt mit ein paar Up Airs zurück. Der Grab ist auch drinne. Und ein nice Spacing hier mit der Back Air. Da kann er echt nicht rankommen. Aber der Grab wird es dann irgendwann in den Bauch treffen. Und. Oh nein. Er rollt da nicht rein. Grab to Back Throw. Okay. Und die Banane. Noch eine Banane. Oh. Jetzt. Oh. Irgendwie muss der ja gepanisch werden. Oh. Das war auch mal wieder sehr knapp hier. Oh. Das war auch sehr knapp hier. Oh. Das war es dann auch mal leider schon wieder für Claudi. Claudius. Mit Chaudos. Aber es sieht schon mal ein bisschen besser aus. Dedicom hat zwar 100%. Aber das kann Claudi immer wieder zurückholen. Oh. Nice Reverse. B cancelled to Forward Air. Z-Drop to Down Air. 3 zu 9 für Häschen. Gute.